Ich verliere nie, entweder ich gewinne oder ich lerne. Am Beruf Murr liebe ich, dass ich draussen arbeiten kann, das Erschaffene gesehen und das Zusammenspiel zwischen Geschick und Koordination. Mein Arbeitgeber ist Tarek AG Burisald. Mein Chef unterstützt mich, dass er mich für Trainings freistellt. Ich bin gleich in meinem Anstellungsverhältnis, er zahlt mir den Lohn weiter. Er kommt auch auf Kasan mit, persönlich. Mit einer Delegation von 5 Personen. Er unterstützt mich. Das finde ich mega cool. Mein Experte ist Ruedi Signer. Er unterstützt mich mit hilfreichen Ratschlägen. Wenn ich nicht mehr weiter weiss, will ich mich sicher bleiben. Mein Umfeld unterstützt mich, dass sie mir Rückhalt geben. Sie sind immer für mich da, auch wenn ich. Im Moment nicht viel rum bin. Mental, wenn ich ein Problem habe, kann ich zu ihnen gehen. Und sie sind immer offen. Im Moment freue ich mich sehr auf Kasan. Es wird wahrscheinlich noch etwas Nervosität dazukommen. Das bedeutet mir sehr viel, mein Land in einem internationalen Wettkampf zu vertreten. Und so auch unsere Mentalität nach aussen tragen. Mein Ziel in Kasan oder WorldSkills ist, meine Bestleistung abrufen und somit auch die bestmögliche Platzierung zu erreichen. Ich bin Jerem Hug, komme von Willisau. Und bin Kandidat bei den Maurer an der WorldSkills Kasan. Ich bin Jerem Hug, komme aus Berlin von Kalimapen. Ich bin Jerem Hug, from Figuren.